Das möchte ich nicht. Ich bin hier Redner und ich organisiere hiermit und das ist im Moment dafür, ich habe dafür im Moment keine Zeit. Die Antwort ist nah. So, wenn wir das einmal haben, die Polizei würde mich hier gerade mitnehmen, begleiten Sie uns mal bitte. Seine Identität ist doch bekannt, Leute. Als ein persönliches öffentliches Leben. Was ist das denn hier schon wieder? Michael Schöning, Michael Schöning. Hallo. Hallo. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Sie sind hier. Ich bin hier. Schämen Sie sich den Dank. Das ist eine sehr gute Idee. Was ist das denn hier schon wieder? Ich bin Redner. Laufen Sie doch ganz normal mit, begleiten Sie uns doch ganz normal. Das ist eine Wahrheit. Warum meinst du den Widerstand? Ich leiste keinen Widerstand. Gucken Sie mal, laufen Sie doch normal geradeaus. Wie laufen Sie denn normal geradeaus? Hilfe! 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 Einsteig, Entschuldigung, los! Das habe ich nicht. Sie haben trotzdem das Wetter zu mir. Die Demo ist noch nicht mal losgegangen und die haben schon den Heiko Schöning einkassiert. Wahnsinn. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde Sie bitten, bis zur Laterne zu gehen. Von da können Sie hinaus mit führen. Okay. Gut, danke sehr. Ich soll mich hier ein Stück entfernen. Das ist eine Laterne. Gut, dass es Zoom gibt. Einfach mal klingeln. So. Ich habe das größte home. Ich bin mir hier mit einleitert. Das ist ein bisschen zurückgekriegt, weil ich habe auch ein bisschen geblöht. Es ist unglaublich, dass Heiko Schön, der hier reden wollte, verhaftet wurde und ich behaupte, weil er hier reden wollte, wurde er verhaftet. Die Polizei hat gerne, wir fordern die Polizei auf, gerne hier am Mikro eine Stellungnahme abzuleben. Das hören wir uns gerne an. Sie sind gerne bereit, sich eingeladen hier zu reden. Liebe Polizisten, erklären Sie uns, warum Heiko Schön, der hier reden wollte, verhaftet worden ist. Und auch mir ist nicht gesagt worden, warum Heiko jetzt mitgenommen worden ist. Es waren einfach Polizisten jetzt hier, die ihn aufgefordert haben, mitzugehen. Sie haben ihn dann in ein Polizeiauto gedrängt und sind jetzt weggefahren. Also, genau. Wir haben keine Informationen und ich bitte alle Polizisten und alle Menschen jetzt hier irgendwie in Erfahrung zu bringen, was mit Heiko Schön passiert ist, warum er weggenommen worden ist. Wir wollten hier friedlich demonstrieren, für Frieden. Und es gibt keinerlei Grund, jetzt noch bevor die Veranstaltung beginnen konnte oder irgendeine Sache irgendwie aufgefallen ist, ihn hier mitzunehmen. Wir waren hier komplett friedlich, einfach beisammen. Es gibt hier genug Zeugen. Deswegen, also... Erstmal ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Eine Kollegin, die ja auch oft machen ist, hat gerade gesagt, Sie haben Heiko verhaftet, weil Sie seine Personalien feststellen wollten. Sie alle, ihr alle wisst ganz genau, dass man einen Ausweis zeigt, da guckt man den an und dann hat man eine Feststellung der Personalien. Es geht also eindeutig um ein aggressives Vorgehen der Polizei gegen diese Aktion und gegen Heiko Schön. Ja, hallo liebe Freiheitskämpfer und Superhelden und Friedensaktivisten selbstverständlich. Schön, dass ihr schon da seid. Es ist, glaube ich, noch nicht zwei Uhr ganz, aber in Anbetracht der Umstände erkläre ich diese Demo hiermit schon mal für eröffnet. Und es werden hier also ein bisschen Steine in den Weg gelegen. Die Verhaftung von Heiko Schönig kam jetzt sehr überraschend, oder auch nicht, so weiß ich. Um zwei geht es dann richtig los. Wir sind noch in der Vorbereitung. Freut euch auf tolle Redner. Ich hoffe, Heiko wird auch noch sprechen. Aber ich bin da jetzt erstmal positiv eingestellt, dass das... Aber warum bringen sie ihn weg, wenn es nur eine Kleinigkeit ist? Also vielleicht werde ich ja gleich auch noch abgeholt. Schauen wir mal. Also falls gleich noch ein Redner übrig ist, wird es tolle Reden geben und tolle Musik, wenn der Chor nicht auch wieder beim Singen abgeführt wird, wie in der Corona-Zeit. Schauen wir mal. Ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Bleibt dabei, gleich geht es hier richtig los. Kommt mir alles Spanisch vor, man sagt, ich würde hetzen. Dabei habe ich nichts getan, stehe in die Sätzen. Speakers call an mein Zuhause, dort war ich geboren. Da hat man mich festgenommen und ich habe es verloren. Bin aus allem rausgefallen, lebe auf der Straße. Auch da will man mich nicht mehr, nicht mal mehr zum Spaß. Ich gebe nicht auf, ich mache weiter, stelle mich der Fede. Ich gehe nicht, ich bleibe hier, ich bin die freie Rede.